Das alte Schloss liegt im Zentrum Stuttgarts und geht auf eine Wasserburg aus dem 10. Jahrhundert zurück. Es gehört mit der Stiftskirche zu den bestimmenden Gebäuden am Schillerplatz. In der Nachbarschaft stehen U.A. die Markthalle der Stadt, die Ministerien im Neuen Schloss und das moderne Landtagsgebäude. Das alte Schloss ist heute ganz Museumsgebäude, die Schlosskirche dient Gottesdiensten. Geschichte Die erste Burganlage zum Schutz des Stutengartens gab es bereits um 950. Im 14. Jahrhundert wurde sie Hauptsitz der Grafen Württembergs und der Hofkammer. Die Herzöge Christoph und Ludwig ließen sie von 1553 bis 1578 zu einem Renaissance-Schloss ausbauen. In diese Zeit fallen ebenfalls der Bau der Reitertreppe von Blasius-Berwart 1560. Die Einweihung der Schlosskirche 1562 und die Ausgestaltung des Konferenzsaales, die Wassergräben um das Schloss, wurden im 18. Jahrhundert verfüllt. 1931 brannte ein Teil der Anlage aus, dabei wurde der Dörnitzbau mit beiden Türmen weitgehend zerstört. Noch bevor der Wiederaufbau abgeschlossen werden konnte, wurde das Schloss im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Dabei fielen auch große Teile der volkskundlichen Sammlung des Landesmuseums Württemberg den Flammen zum Opfer, wie Z.B. die Handwerksstuben. Der Wiederaufbau dauerte bis 1971 und wurde von dem Architekten Paul Schmidhenner geleitet. Der Arkadenhof des Schlosses selbst zeigt Architekturmotive der frühen Essos aus Italien. Als Turnierquadrat konzipiert, sollten die repräsentativen Arkaden ursprünglich um den ganzen Hof laufen. Dazu kam es nicht, weil das Schloss politisch herabgestuft wurde. Unter der Schlosskirche ist in der Königsgruft die Grablege von König Karl I. und Königin Olga. Im Innenhof steht ein von Ludwig von Hofer gestaltetes Reiterstandbild Graf Eberharz im Bad. Der 1495 Erster Herzog von Württemberg wurde und Stuttgart zur Residenz machte Landesmuseum und Gedenkstätte. Das Schloss beherbergt heute das Landesmuseum Württemberg mit reichhaltigen Beständen, das Kindermuseum Junges Schloss sowie im Südwestflügel die Schlosskirche. Im Gebäudekomplex des Schlosses wurde eine Erinnerungsstätte an den am 20. Juli 1944 hinrichteten deutschen Widerstandskämpfer Klaus Graf Stauffenberg eingerichtet. Ihr Eingang ist auf der Seite des Karlsplatzes. Bilder. Punkt. 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 Punkt.